BW1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt herzlich willkommen. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen gemütlich zu Hause vor dem Fernseher und plötzlich geht das Gerät aus und alle Lichter ebenfalls. Stromausfall. Was bei mehreren Minuten nervig ist, kann bei mehreren Stunden schon existenziell sein. Denn Heizung, Kühlschrank, Telefon, Internet, das alles funktioniert plötzlich nicht mehr. Auch Tankstellen und Supermärkte müssen schließen. Vor allem aber, sie sind von jeder Information abgeschnitten und wissen nicht, wie lange der Stromausfall noch dauert. Dafür hat die Stadt Reutlingen nun ein Notfallkonzept erarbeitet. Notstromaggregate der Feuerwehr Reutlingen. Die Stadt hat sie für 600.000 Euro angeschafft und jetzt werden sie auf sechs Hallen im gesamten Stadtgebiet verteilt. Dort sollen sogenannte Leuchttürme entstehen. Leuchttürme soll bedeuten, dass in dieser Stelle die Halle zum einen beleuchtet ist, zum anderen leicht beheizt ist und die Leute hingehen können, die Bevölkerung sich an so eine Halle wenden kann. Dort ist Personal eher zur Erreichung von Informationen, Erreichung von Nachrichten und auch zum Absetzen von Notrufen. Solche Leuchttürme im Reutlinger Stadtgebiet sind die Turn- und Sporthalle des Isolde-Kurz-Gymnasiums, die Sporthalle der Eduard-Spranger-Schule, die Wittum-Halle, die Julius-Kämmler-Halle in Betzingen, die Halle der Mörike-Schule in Sondelfingen und die Rosberg-Halle in Gönningen. Hinzu kommt die Stadthalle. Dort steht aber bereits ein Notstromaggregat. Der Strom von so einem Aggregat ist etwa acht bis neun Stunden, zehn Stunden, je nach Belastung des Aggregates. Wir haben aber hier zusätzlich zwei mobile Tankstellen beschafft, A 1000 Liter, sodass wir dann eine Logistik im Hintergrund aufbauen können, um diese Aggregate dann immer nach und nach wieder mit Sprit zu befüllen. Auch Finanzbürgermeister Roland Winzen war gekommen, um sich persönlich ein Bild von den Notstromaggregaten zu machen. So ein länger anhaltender und großflächiger Stromausfall, ein sogenannter Blackout, sollte auf keinen Fall unterschätzt werden. Das waren ganz unterschiedliche Folgen für Leute, die auf entsprechende Geräte gesundheitlicher Art angewiesen sind. Es geht zum Beispiel auch um das Thema Babynahrung zubereiten. Da brauchen sie heiß Wasser. In der Regel wird das mit Strom oder oft mit Strom aufbereitet. Das sind ganz unterschiedliche Faktoren. Damit auch die Bevölkerung auf solch einen Fall vorbereitet ist, hat die Feuerwehr die Broschüre »Lang anhaltender Stromausfall, Hilfe und Selbsthilfe« herausgebracht. Sie kann auch online auf dem Internetauftritt der Stadt Reutlingen abgerufen werden. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat jetzt Anklage gegen den 53-jährigen Mann erhoben, dem vorgeworfen wird, im Mai auf dem Werksgelände von Mercedes-Benz in Sindelfingen zwei Menschen erschossen zu haben. Er muss sich nun wegen Mordes in zwei Fällen verantworten. Beide Opfer waren Vorgesetzte des Angeklagten. Einer der beiden war noch vor Ort verstorben, der andere wenig später im Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft sieht das Mordmotiv der Heimtücke erfüllt. Ein Termin für die Verhandlung vor dem Stuttgarter Landgeritt steht noch nicht fest. Der mutmaßliche Täter sitzt noch in Untersuchungshaft. Teile der Fassade der Universitätsbibliothek Freiburg sind in leuchtendes Orange gefärbt, nachdem zwei Klimaaktivisten der letzten Generation mit dieser Farbe besprüht haben. Die Polizei nahm die beiden jungen Männer fest. Die Universität Heidelberg wurde ebenfalls Opfer eines Farbanschlags. Ziel sei es, so die Erklärung der Aktivisten, alle Mitglieder der Hochschulen wachzurütteln, damit diese die wissenschaftlichen Erkenntnisse in Sachen Klimawandel entschlossener in die Politik einbrächten. So war die BW1-Nachrichten für heute. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Unsere Nachrichten noch einmal zum Nachlesen und weitere News aus aller Welt finden Sie auf unserer Website unter www.bb1.de. Danke für Ihr Interesse und auf Wiedersehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020